Moin ihr Babos, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Overwatch der Unterstützungshelden. Diesmal spielen wir mit Symmetria, die ist übelst cool. Die kann hier Geschütze aufstellen und die heilt auch anders als die anderen Heiler. Die kann nämlich einfach Leben hinzufügen und heilt keins. Und die Geschütze kann man auch übelst cool aufbauen. Ich baue die mal hier hin. Da sind auf jeden Fall ein paar, dann baue ich vielleicht noch eine hier hinter die Telefonzelle. Ja doch, ich mache das. Man kann bis zu sechs Selbstschussanlagen bauen, ist übelst cool. Ich baue hier vielleicht noch zwei hin. Dann kann sie den Schuss wieder aufladen. Na der fliegt also, der fliegt langsam, wenn ich den treffe, wenn ich den treffe. Ich bin gerade wieder schockiert über die Menschheit, wie man sowas zulassen kann. So und die letzte Selbstschussanlage. So, ich frage mich, wo Tracer hin will. Hier habe ich ja zum Glück hinten am Telefon. Okay, zerstört, zerstört, rein hart, du bist blöd. Blöd. Es ist doch cool, dass man es nicht blocken kann. Teleporter? Oh, nice. Hier muss auf jeden Fall Verteidigung hin. Der fangt die Teleporter. Schau, schau, los! What the fuck? Farrah. Einfach mal Welt reinschießen, wird schon irgendjemand treffen. Eigentlich nicht. Ach ne, da komme ich auch nicht durch mit dem Schritt. Das wäre zu schön gewesen. Ich habe mal eine Runde mit Zimichira gehabt. Da hatte ich den Teleporter aufgestellt und einfach keiner ist reingegangen. So, um mal schön zu sehen, wie man so verkacken kann. Bist du mich verarschen? So stelle ich meinen Teleporter. So ganz dreist. Ich frage mich auch, wo schießen meine anderen Selbstschussanlage eigentlich ja. Na, man sieht wie viel lange. Haben die nur eine begrenzte Reichweite? Ich kenne mich mit Zimichira noch gar nicht so richtig aus. Okay, jetzt sind sie kaputt. Einer lebt noch. Das ist so der häufigste Symmetria-Spot. Für die Teile, aber wo willst du es sonst hinmachen? So, mal sehen, ob wir die Runde gewinnen werden. Okay, das fällt zu sehr auf. Aber auch nur eine. Und zwar die haben... Ach, die können wir auch meine Selbstschussanlage zustellen. Und dann die Team-Aids. Das wäre ja... Mann, neu. Das ist auch scheiße. Ich gucke mal, wo ich jetzt hinstecke. Hier hinten. Sonst nicht. Oh, kacke. Nach der Teleporter ist schon wieder kaputt. Zum Glück sind die Feinde so blöd und gehen einfach gar nicht zum Telefon... Äh, zum Auto hin. Jetzt gehen sie hin. Okay, das sind zu viele auf einmal. Das kann ich auf jeden Fall. Ja, hier selbst dem gebe ich dann was. Wenn man mal herkommt, oder? Das Licht schützt aus. Woher er jetzt hin? Danke. Danke. Ich werde dich schützen. Ach, ne. Kann ich gar nicht hin. Hier hat noch niemals jemand... ... einen Sumitria-Spot gehabt. Ich finde es doch cool, dass die mehr Damage macht. Aha, es war... ... wieder mal so eine Sache mit Reaper. Da kann ich auch mit Ziemlichwürden nicht gegen ankommen. Gegen Reaper. Die muss ja auf Nahkampf, aber... ... ich darf einfach nicht bei Reaper auf Nahkampf. Das ist schon wieder so ein Widerspruch von sich. Ich nehme die Runde jetzt auch, wenn wir sie... ... hunderttausendprozentig verlieren werden. Da habe ich keine Hoffnung, Trainer. So, mal sehen, wo ich die hinten tun kann. Hier wird es doch auch keiner aufwarten, eigentlich. Kann ich das... Kann ich ein Viech auch? Nee. Noch jemand? Fuck. Aber nur wegen einem... ... hat er es jetzt gemacht. Das ist auch ganz... ... kommig. Kriegen die das nicht mit, dass da ein Teleporter steht? Ich hätte ihn auch woanders hin platzieren können, sodass... ... dass wir immer hinter sind. Okay, der hat sogar noch. Die waren das zugekleistert. Fuck, das war mein Tod. Ja, ich kann auch nicht mal rechtseitig hin. Das sind die Leute einfach zu schnell und Symmetria so... ... so langsam. Ich hasse es, wenn es so langsam laufen. Das war so... ... lächerlich. Eigentlich dürften sie nicht hinkommen. Aber auch nur einer. Drei Minuten, wenn wir das zurückhalten sind wir gut. Wenn wir es nicht zurückhalten, dann... ... naja, ne? Das ist ja immer noch alles an einem Tag. Ich habe ihn getroffen. Da, Fug. Nein, das ist sie nicht. Teleporter ist die rechte Strafe. Teleporter online. Das wird uns durch die Gäste gehalten. Ich finde es cool, wie die jetzt alle reinrennen. Ich mache es nicht. Ich mache es nicht. Ich mache es nicht. AHA安! Einfach ace-ma- ... fn. Wir da... Nein! Jetzt habe ich mich verschissen. Danke, Reaper. Schön, wie du gut losgehen kannst. Wie soll alle da unten reinfallen? Ich bin nur einmal unten reingefallen. Das war einfach nur aus purer Scheiß halt von Winston. Ist mir egal. Wir haben zwar jetzt verloren, aber ich sage mal nichts hier. Reaper, Clara, ich sage mal mal nichts dazu. Wisst ihr da Bescheid? Das ist unverdienbar. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.